Okay, so, dann haben wir jetzt schon mal grundlegend die Reise vorbereitet. Jetzt kommt es auf die Ereignisse an. Du darfst mir jetzt mal einen W10 würfeln. Einen einfachen W10. Wo mache ich das? Im Kampagnenfenster findest du W6, W10. Da kannst du da mal einen legen. War doch mit 10, oder? Ja. Mit 10 auch noch echt jetzt. Ist das nicht gut? Ja. Mit 10 ist doch das Beste. Okay. Ähm, gut. Dazu kommen wir dann später. Wir machen jetzt mal weiter mit unserem Kräutersucher. Was hast du denn vorher zu suchen? Wir brauchen einen neuen Kräutersucher. Ich möchte nach, sagen wir, stärkenden Pflanzen suchen. Also was, was die Erschöpfung ein wenig sinkt. Mhm. Das geht, so wie ich jetzt verstehe, nicht über Kräutersuchen, sondern nur über Alchemie. Also suche ich wohl entsprechende Zutaten. Also, die Zutaten kannst du entweder über Alchemie oder über Naturkunde suchen, was dir lieber ist? Das habe ich beides gleich. Also nehme ich doch direkt mal Naturkunde. So. Und du müsstest dann halt noch genauer sagen, was für ein Kraut denn? Wie gesagt, da gibt es kein Kraut. Ich möchte halt dann irgendwie das in der Chemie abdrücken, glaube ich. Ah, du suchst etwas, womit du dann Alchemie machst? Richtig, womit ich dann Erschöpfung heilen kann. Alles klar. Das ist irgendwie der Plan. Ich sehe nur gerade die Liste vor mir. Aber ich bin da gerade nicht so in den Regeln drin. Du müsstest mir kurz aushelfen. Ja, du hast gut reden. Alchemie ist nicht meine Stärke. Du darfst gerne mich fragen, wenn du magst. Ich habe Schwierigkeit. 20 zuzüglich der Qualität. Qualität, sagen wir doch mal 1. Ich brauche ja nur das eine. Kommen wir gegen die 21. Ja, das Qualität 1 ist dann aber wirklich das Grundlegendste. Das ist dann sowas, wie der Zauber den Rahler gerade auf euch gelegt hat. Mit 1 kriegst du 2 Effekte schon von Stufe 1. Also die 1 kosten. Einen kriegst du ja immer umsonst. Ich sehe, du kennst dich besser mit Alchemie aus als ich. Tatsächlich lese ich es gerade quer. Gut. Würfen wir also einfach mal gegen die 21, die Naturkunde. Und ich brauche bei Qualität 1 einen Erfolgsgrad, also einen Fortschrittspunkt. Ich hoffe, das sind Erfolgsgrade. Das ist eine geschaffte Probe. Da brauchst du nicht mal einen Erfolgsgrad für. Die 21, das ist... Du hast 3 EG. 3 Fortschrittspunkte. Kann ich einfach die dreifache Menge sammeln? Ja, können wir uns drauf einigen. Wir müssen uns jetzt nicht päpstlich annehmen als der Papst. Du sammelst Kräuter für deine Zubereitung. Du weißt eigentlich auch, dass du in den nächsten Tagen irgendwann mal die Zeit nehmen solltest, die zu verwerten. Denn die Wirkung verfliegt irgendwann, wenn du die nicht verarbeitest. Keine Sorge, spätestens bei der 10 wirst du sie brauchen. Entschuldigung. Ja. Hat sonst noch irgendjemand etwas vor auf dem Weg zu tun, oder können wir dann zurück zu eurem Ereignis? Ich möchte aufmerksam sein, habe ich ja gesagt. Hm. Ja. Du bist aufmerksam und bemerkst schließlich eine Gestalt aus einiger Entfernung. Die sieht sehr klein aus, so wie ein Gnome. Kehrt hier gerade den Rücken zu und tut das, was du bei deinem Freund ja mir die ganze Zeit gesehen hast. Nämlich ihren Kopf in eine Ansammlung von Kräuterpflanzen zu stecken. Und, wie du auch siehst, von hinten Blumpen. Die Person hat euch nicht bemerkt. Ähm. Ist das ein Zwerg oder ein Gnome? Kräutersammler vermutlich. Sind alle dabei? Äh, schau mich mal um. Ja, mir, bist du wieder zurück? Warte, ich bin gerade hier hinten, gib mir eine Sekunde. Äh, so jetzt. Wo waren wir denn hier? Äh, ich wollte nur wissen, dass alle dabei sind. Ja, natürlich. Da vorne ist ein Kräutersammler. Steht in den Büschen. Könnt ihr sehen. Das ruft sie doch. Wenn ihr ihre Aufmerksamkeit wollt. Ich will ihre Aufmerksamkeit nicht. Huhu! Hallo? Äh, du rufst laut Huhu und siehst einen Kopf, der aus einem Busch rausfährt und in deine Richtung rumfährt. Ähm, jetzt kannst du die Gestalt erkennen. Das ist eine Rattlingsfrau und zwar eine unglaublich alte Rattlingsfrau. Äh, stützt sich auf einen Gehstock und trägt anstatt einer Kopfbedeckung einen Bärenschädel. Ich habe euch unter der Teikleisten mal ein Porträt gedeckt. Ähm, ist das eine Schamanin? Man fragt sie doch selbst. Ich will sie auf alle Fälle fragen, ob sie sich hier in der Gegend auskennt. Ja, ich greife mir mal meinen Kampfstab und gehe auf das Ding zu. Ja, äh, du gehst auf das Ding zu. Sie kommt an ihrem Krückstock so ein bisschen langsam auf euch zu. Du, äh, guck dich an, wo siehst. Leicht trübe Augen. Äh, Heda. Äh, du? Du, wer du? Du, du merkst ja, Basagnomisch ist sehr gebrochen. Ähm, Kräutersammler. Äh, du haben wollen Kräuter. Frisch. Warum? Frisch gesammelt. Du, du so weit von Dorf. Äh, das, meine Kräuterstelle. Meine. Du woanders suchen. Äh, ja, mir, rück mal zwei Kräuter raus und kipp sie hier. Aber, die Frau sammelt doch gerade... Hör auf zu widersprechen. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich denke, es ist irre wir. Respektier das. Äh, wir wollen nur, wir sind nur auf der Durchreise. Hier, nimm doch ein kleines Gastgeschenk und wir sind dann auch direkt auf dem Weg. Ah, Drachlingswurz, Drachlingswurz. Macht groß und kräftig. Gut für mein Volk. Gut für mein Volk. Ja, damit. Ich glaube, für euren Volk ist das mit dem Großwerden vielleicht schon ein wenig zu spät. Wie viel von deinem Volk sind denn hier in den Berg? Bist du weit von deinem Dorf weg, blinde Frau? Ich bin nicht blind. Ich sehe noch ganz gut und sie pocht, um es unter Beweis zu stellen, dir mal mit ihrem Krückstock vor die Brust. Ja, ich würde das direkt auch abwehren mit meinem Stab. Überhaupt gar kein Problem. Gut. Also, wie viele sind denn hier noch? Warum nur fragen? Damit wir noch mehr Kräuter für euch sammeln können. Wir wollen euch helfen. Uns helfen. Uns helfen. Ja, ihr seht aus, als könntet ihr uns helfen. Ja, ja, wenn ihr helfen wollt, dann seid ihr willkommen. Komm, Großlinge, kommt. Die alte Grillcard zeigt euch, wo. Ich schaue mal zu den anderen und würde mal einfach zunicken nach dem Motto, ihr wisst Bescheid und werfe dann mal meinen Zauber an, würde aber auch ohne Probleme folgen. Also, einfach nachgehen. Die Rindenhaut würde ich gerne anmachen. Kein Problem. Kannst du gerne anwerfen, wenn du das machst. Schubert Grillcard mal, guck dir da in eine Richtung. Nützliche Großlinge, nützliche Großlinge. Kommt, kommt. Ja, das Tempo ist langsam und führt den Katzenbuckel hoch. Ihr kommt schließlich an einer Höhle an, vor der zwei Radlingswachen stehen. Die eine schläft und die andere merkt, dass Grillcard sich nähert und stellt sich aufrecht hin. Der Schlafende kriegt mal direkt eine verpasst. Ihr wachen, nicht schlafen und wechselt dann in eine fiepsige Radlingssprache, die ihr leider nicht versteht. Und führt euch in eine Höhle. Wie sieht das bei Bodo aus? Also, ist Bodo da begeistert von? Oder wie fühlt der sich gerade? Ja, also, warum nicht? Wenn die sich hier vor Ort gut auskennen, wissen die vielleicht was. Ich habe euch unten auf der Karte ein bisschen was aufgedeckt. Ihr befindet euch gerade am Höhleneingang auf der Tickleiste. Damit ihr auch ungefähr eine Vorstellung davon habt, wie das aussieht. Ja, werdet direkt in die Höhle durchgeführt, da ist jetzt nicht viel, was ich verdecken muss. Und ja, wenn ihr guckt, das Rudel, das hat hier eine Größe von 40. Natürlich mit Frauen, Kindern, alte Leute gibt es hier nicht so viel. Genau, das sagt nur einer. Und ja, also, von Wert gibt es bei diesen Radlingen auch nicht wirklich. Die gucken ängstlich in eure Richtung, aber als ihr mit ihren Materialchen da reinkommt, akzeptieren sie es. Ihr könnt sehen, dass euer Einzug in die Höhle genutzt wird von einem Radling, der seinem Nachbar ein verrottenes Stück Obst klaut. Und kurz darauf seid ihr auch wieder vergessen, als sich die beiden über dem Boden wälzen und streiten. Im hinteren Bereich der Höhle hat man ein paar Fälle ausgelegt und dort steuert die gute Grillkam mit euch drauf zu. Bitte, bitte, setzen, setzen. Ich möchte währenddessen auch mal in meinen Rucksack greifen und Rationen im Wert von einem Tag dann nach und nach verteilen, was auch immer wieder eingepackt haben, wie Trockenfleisch oder sowas. Sondern an die Lagerfeuerstellen liegen. Sie guckt mit großen Augen. Oh, 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 jetzt du was angefangen. Ja, die Kinder, die hier in der Höhle sind, sie kommen an und Rilka schaut euch alle ermahnt an. Und passt auf eure Taschen auf. Meine Kinder klauen alles, was nicht festgebunden. Oh Gott. Ich schneide denen mal 10 Schritt Seil ab und dann können sie damit spielen. Werft den dann so verächtlich in die Ecke, dass sie da so, weiß ich nicht, wie Katzen herumtollen können. Ja, das tun sie. Sie kennen keine Scham und keine Würde. Was sind das für Fälle? Wenn du das anguckst, das sind zum Teil Wolfsfälle. Okay. Da ist aber auch ein Bärenfernseher Alpes dabei. Aber keine Wagenfälle dabei. Nein. Ich wollte jetzt auch nur wissen, was für Tiere man hier in den Bergen aufspüren könnte. Also, Wolf und Bär, das ist schon mal eine Info, die gut ist. Oder nicht gut. Ja, wir sind eigentlich hierher gekommen, um uns die Berge näher anzuschauen. Nebenbei ein paar Kräuter zu suchen, die wir selbstverständlich gerne mit euch teilen, da es euer Revier ist. Geirats... Ach, jetzt ist es zu spät. Richtig, ist es. Wenn wir Informationen dafür kriegen und ihr eure Kräuter dann wieder abgebt, alles halb so wild. Wenig Großlinge kommen in die Berge. Wenig. Haben sie Angst vor euch? Haben sie Angst vor den Tieren? Vor uns? Ich hoffe... Ich sage... Mein Volk immer, dass ich große Zauber wirke, um Großlinge fernzuhalten, nicht wahr? Ah! Ja, 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 ihr seht sehr furchterregend aus und wir würden uns auch ohne euch gar nicht hierher trauen. Sie grinst ein wenig verschmitzt, als ein ganz kleiner, sehr, sehr knuffiger Radling von... Ja, vielleicht gerade mal im Jahr auf die alte Frau zu... ...watschelt und ihre Hand nimmt, schüchtern in die Richtung guckt... Ah, Pock, Pock, komm, setz dich! Die Großlinge tun nichts, die sind Freunde! Also, wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Berg, in dem es schwarzes Glas gibt. Ah, schwarzes Glas! Ihr meint schwarzer Stein! Äh, schwarzen, scharfen Stein, richtig! Ja, ja, zeigt weiter hinten in die Höhle. Und dort könnt ihr erkennen, dass ein großer Geröllhaufen liegt, aufgestürmt, in dem auch der ein oder andere schwarze Stein schimmert. Also, Obsidian auch? Ja. Äh, ja, genau deswegen sind wir hier. Warum ist wertvoll? Mh, der Stein selber nicht, eher das Gebiet, in dem man so etwas finden kann. Oh, ihr nicht gehen da rein, äh, ihr nicht gehen da rein, das ist gefährlich. Aber ihr wolltet helfen, ihr habt gesagt, ihr helft. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht traut ihr euch ja doch. Äh, äh, äh... Was genau terroren wir uns? Oh, in dem Tunnel, in dem Gang, äh, viele, viele Spinnen, äh, äußerst gefährliche Tiere. Äh, meine, meine rodelt sehr viel Angst deswegen. Hm, und diese Spinnen befinden sich in dem Berg, wo es diese schwarzen Steine gibt, ja? Aha, schwarze Steine, weiße Steine, viele Steine, äh, Zwerge sind merkwürdig, wir melden Steiner. Ja, seltsames Volk. Ich meine, unabhängig davon, ob das wirklich der Tunnel ist, zu dem wir müssen, äh, sollten wir richtig nicht ein wenig aushelfen. Ihr als großer, starker Krieger wird doch mit sowas sicherlich relativ zügig fertig. Es sollte uns bestimmt nicht lange aufhalten. Hm, wenn uns deine Krieger, und dabei schaue ich mal auf dieses, äh, kleine Ding, äh, an, an ihrer Hand, was sie irgendwie gerade irgendwie so neben sich hat, wenn eure Krieger uns zu dieser Stelle bringen können, dann werden wir selbstverständlich die Spinnen für euch beiseitigen. Oh, ihr, 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 ihr tut für uns, ihr, ihr, ihr anders als andere Großlinge, ihr, ihr, ihr reden und nicht schießen, ihr, ihr, ihr freundlich und nicht böse, ihr, ihr, ihr helfen. Einfach so. Sagt, warum wird euch sonst denn nicht geholfen? Entschuldigung. Äh, äh, unser Volk mag niemand, äh, Diebe nennen sie uns, äh, aber wir waren zuerst da, äh, dann kamen Leute und haben auf unserem Land gesiedelt, äh, 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 Ungeziefer nennen sie uns, äh. Aber, äh, seid ihr doch ganz nett. Ja, jeder hat so seine eigene Kultur im Laufe der Jahre entwickelt und, äh, ihr habt euch diese stattliche große Höhle gesucht. Nicht jeder hat so eine große Höhle. Ich zum Beispiel hab keine. Aber, wie würde ihr denn eine Höhle haben wollen? Halt deinen Mund. Ja, äh, die gute Grillka lässt sich aufhelfen und richtet das Wort wieder an die Stamm, legt die Arme hoch und rein und fiepst in diesen Lauten, die ihr gar nicht versteht, aber die Reaktion ist dann doch eindeutig. Ihr hört Jubel, äh, und seid plötzlich. Und seid ihr plötzlich umringt von ganz vielen Rattlingen, die euch auf die Schulter klopfen, äh, und an die Seite. Ja, ich passe auf meine Sachen auf. Ich werfe nochmal ein bisschen Trockenfleisch in die Ecke zu dem Seil. Ja, eine Wahrnehmungsprobe plus drei für den Wagen Geirats, äh, weil Frosty dran gedacht hat. Äh, der Rest einer normale Wahrnehmungsprobe. Also, ich bin ja dumm, soll ich das, ich hab das ja als Nachteil und abergläubig, soll ich's einfach lassen. Ich hab eh nichts, was man mir abnehmen kann. Ähm, Modifikator drei und Schwierigkeit? Fünfzehn? Ähm, da muss ich grad mal vorlegen, ich... Guck grad mal... Gegen die 22? Oh, Junge! Doch, komm, mach mal einen Risikowurf. Ohne Probleme. Ähm, okay, wer schafft, der verhindert, dass euch Sachen geklaut werden. Ähm, ähm... Ähm... Merkst da, da ist irgendein Zupfen an, an deiner Seite und greifst nach der Tasche, um, äh, möglichst festzuhalten, was sich da drin befindet, greifst aber daneben und greifst ins Lagerfeuer, an dem ihr sitzt, äh, ein W6-Feuerschaden für dich. Okay, würfeln wir erstmal ein W6. Na, sämtlicher Feuerschaden, den ich erhalte, und zwei reduziert wird, sind das dann nur drei. Dann zieh dir drei Lebenspunkte ab. Ähm, ich frag jetzt mal nochmal, Skaffi, du möchtest einen Splitterpunkt zupfen, du bist dir ganz sicher, dass ich mich bei dir bedienen darf? Ich meine, ich hab nicht viel, ich hab halt meinen Bogen, auf den würde ich wahrscheinlich aufpassen. Ja, der ist nicht klein genug, dass man ihn klauen kann. Ist mir denn was geklaut worden, oder war das alles? Ähm, ja, das... Plötzlich ist der Bär weg. Ich muss gleich mal bei dir reingucken, aber ich würde gerne einen nach dem anderen abhandeln, sonst wirkt's nur unübersichtlich. Natürlich. Kann ich dir dann gar nicht würfen, wenn ich den Nachteil nehme? Du hast gesagt, du möchtest es nicht merken, dann würfelst du ihn. Hm, wahrscheinlich einfach, ich freu mich, dass mich Leute umregen, und wahrscheinlich würde ich fröhlich mich unter die Leute begeben. Die wollen dich nur streicheln. Ja, genau. Ja, dann streich dir mal deinen Heiltrank, der ist gerade weg, und du kriegst einen Splitterpunkt zurück. Schwupp, weg ist er. So, und dann kommen wir zu Yakiri, ähm, da muss ich nochmal in deine Ausrüstungsliste gucken. Ich hab... Äh, Jami, entschuldige. Du hast nichts. Also, ich hab das Kraut, äh, ich hab ein bisschen Gold, und ich hab den Magierstab. Mhm. Und halt, die zählen dann nicht. Dann wird bei dir vermutlich, äh, noch in meinem Geldbeutel sich finden, und... Da wird ein bisschen von deinem Vermögen fehlen. Du kannst dir dein Vermögen für den Rest des Abenteures um einen senken. Und am besten für das nächste direkt noch ein Bit. Das ist aber richtig viel Geld. Es ist temporär um eins gesenkt. Ich glaube nicht, dass dir das so wie Tutu viel in der Heiltrank, aber gut. Du hast ja auch gepatzt. Hallo. Ja, das ist richtig, ne? Ich hatte irgendwie erwartet, dass er mir jetzt Bargeld abzieht. Äh, keine Ahnung. Ich blick durch die Ressourcen noch nicht so ganz durch. Ja, also, du hast ja gesagt, du hast kein Bargeld. Ich hatte gesagt, ich hab ein bisschen Gold. Ja, äh, dann streich dir einfach mal fünf Mal ab. Das ist nichts. Ja, das ist besser. Okay, ja, ähm, das war das. So, jetzt sitzt ihr da, und die sind alle begeistert. Nasauk fehlt noch. Genau, also, ich hab die ganze Zeit schön gewartet. Ähm, ja, Janja und Nasauk sind natürlich ein erfahrenes Pärchen zu zweit. Und, ähm, sie achtet auf seinen Rücken und er auf ihren. Deswegen, ähm, würde, glaube ich, nicht Nasauk die Probe würfeln, sondern wahrscheinlich eher Janja. Aber, ja, die sieht, dass bei dir ganz viele Radlinge drumherum sind. Ob du spürst, dass du beklaut wirst, kann aber eigentlich nur dein Charakter wissen und nicht dein Hund. Gut, dann würfel ich. Sg war nochmal 25, ne? 22. Hm, gut. So. Was könnte man bei dir an Kleinigkeiten in den Taschen finden? Ich möchte jetzt nicht in deinen Charakterbogen suchen. Oh, der hat ja nichts, ne? Ähm. Dann allerhöchstens ein paar Lunare. Oder die kleine Eisen, die er hat. Also, für den Patzer gerade hat es dann auch mal die Lunare erwischt. Aber, ähm, bei dir wird es dann wahrscheinlich eher auf was Essbares rauslaufen. Ähm. Oder meine Tresorutensilien oder Kirschnerwerkzeug. Ja, bei deinem Kirschnerwerkzeug fehlt, fehlt am Ende ein Messer. Äh, das musst du ersetzen und das wirft dich um, sagen wir mal, ein Lunar zurück. Also, wenn ihr tapfere Krieger seid, könnt ihr uns gerne anschließen. Schon unter Wagen und Menschen gekämpft? Gegen Spinnen? Danach könnt ihr selbst Heldenlieder über euch singen. Bringt uns zu dieser Höhle und begleitet uns gerne. Äh, ja, die, äh, Radlinge, sie, ein paar von denen sprechen so ein, zwei Brotten, was sagt. Normisch, äh, ja, kämpfen, kämpfen, wir kämpfen. Ihr, ihr hier lang, ihr kommen, komm, komm. Dann führen die wir uns aus der Höhle raus. Den Geröllhaufen, nee. Achso, okay. Gibt's da einen Eingang? Wenn du jetzt so guckst, du siehst, da wurde so ein bisschen was an der Decke freigelassen. Gerade groß genug für einen Gnom oder einen Radling. Hm. Aber das Ding ist ziemlich voll ansonsten mit Felsgestein. Dann möchte ich gerne meine Spitzhacke herausholen und den Eingang etwas vergrößern, wenn das möglich wäre. Ja, so Spitzhacke wirst du ja kaum brauchen, aber das wird schon ein bisschen dauernd Muskelkraft kosten. Die Radlinge helfen so gut sie können, aber einige der Brocken sind wirklich schwer. Lasst mich euch helfen. Ich kann sie zumindest zur Seite tragen. Ah, super. Wir brauchen auf alle Fälle mal auf unser Gepäck achtet. Habe ich dann auch nebenbei so ein bisschen abgelegt und immer ein Auge mindestens drauf. Auch, dass da irgendwie jemand neben steht, ob das jetzt die beiden Tiere sind oder irgendwas anderes. Bodo, bleibt da im Gepäck. Super. Ja, und dann wird man so nach und nach den Eingang ein bisschen vergrößern, dass man da mit Wagen auch durchkommt. Wer möchte alles mithelfen? Na, saug. Hebtest du was, wenn ich hinten stehe und ausleuchte? Da wir hier drei Lagerfeuer in der Höhle haben, ist das nicht wirklich notwendig. Gut, in diesem Fall trage ich die Verantwortung. Muss ja auch jemand tun. Was tut Rala? Rala würde sich wahrscheinlich mit den Kindern ein bisschen beschäftigen. Also da ein bisschen rumtollen. Sie scheint gerade irgendwie in ihrer eigenen Welt zu sein. Ja, die Kinder, sie tollen um dich rum und versuchen, dir auch immer mal wieder eine Schleife aus dem Feld zu ziehen. Aber du achtest darauf, dass die bleiben, wo sie hingehören. Und die anderen dürften dann gerne mal eine Athletikprobe jeder würfeln gegen die 20. Ich hätte gerne fünf Fortschrittspunkte, um genug Geröll wegzuschaffen. Okay, möchtest du das episch beschreiben, was du fühlst? Ja, ähm, zuerst noch mit der Spitzhacke versucht, dann hat man gesehen, dass die Steine dann doch ein bisschen loser sind. Und als dann Nasaug sich irgendwie seine Ärmel beiseite krempelt, kann man wohl sehen, dass dann ein riesiger Steinbrocken in seine Richtung gewuchtet wird. Den müsste der jetzt natürlich einmal abfangen. Schauen wir mal, ob das gelingt. Aber, ähm, ja, er ist unglaublich groß und die Bresche ist dann geschlagen. Es gibt auch so ein bisschen nach, das Gestein. Und bricht dann auf der Innenseite so ein, sodass dann, ja, man hat gar nicht so lange Zeit gehabt, sich am Lagerfeuer auszuruhen. Plötzlich ist der Eingang offen. War schon ziemlich einfach. Man musste nur hier an dieser Stelle etwas nach und dann, ja. Ihr habt doch nur nach meiner Hilfe gefragt, um da besser auszusehen, oder? Ja, ich hab dir den Steinbrocken gegeben. Jetzt musst du mal gucken, ob du den tragen kannst. Ja, komm, Nasaug, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Athletik gegen die 20. Ja, hochheben kein Problem, aber so rumwuchten, wie das gerade dein guter Freund Geirats gemacht hat. Nein, das Ding ist schwer. Ihr hattet nur Glück, weil es abgefallen ist. Hochheben musstet ihr es ja nicht. Also, wir haben hier, Rala. Auf geht's. Radlinge, Krieger! Nehmt eure Waffe. Die Radlinge nehmen Aufstellung. Die gute Grillcar gibt noch letzte Anweisungen. Und dann zieht hier in den langen Gang ins Dunkel. Wir wechseln jetzt erst die Karte, damit die Grafiken laden können. Und dann kopiert ihr bitte eure Tokens, die ihr gerade habt, mit rüber. Also, ja. Token kopieren. Und auf der lange Gang ins Dunkel einfügen. Und dann geht's das bisschen an, wenn da los sigρωze wonach. Und dann geht's um diese Alfons. Denn dann geht's um das Stück.